Hallo, ich laufe gerade durch Hamburg und hier kommt ein ganz kurzer Abriss, was ich hier getan habe. Also wir sind hier, weil wir Tänny besuchen. Juhu, wir sind in Hamburg. So sieht das hier aus. Schön, ne? Und wir waren am ersten Abend an Samstag, ganz viele Kneipen abklappern. Mh, sieht das schön aus. Was hast du schon gekostet? Wir sind dann auf dem Fischmarkt, wo es Fisch zu essen gibt, ganz lecker und noch ein bisschen Party gibt, gelandet früh, um 10 Uhr oder so. Das letzte Mal sind wir hier den ganzen Landungsbrücken von da vorne lang gelaufen. Der zweite Tag, Sonntag, bestand dann daraus, dass wir bis um 6 Uhr geschlafen haben. Dann nochmal kurz in die Stadt, ein bisschen gucken, ein bisschen was essen, ein 2 Bier trinken und dann eigentlich auch schon wieder heimgegangen sind. Und Montag war unser kultureller Tag. Kann ich nur empfehlen, schaut euch mal die Innenstadt an und macht auf jeden Fall mal so eine Hafenrundfahrt. Nicht die teurer, sondern die mit den Öffentlichen geht super, also richtig schön. Kann man alles angucken von Weiden. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020